Das Landesarchiv Nordrhein-Westfalen entstand am 1. Januar 2004 durch Errichtungserlass vom 14. November 2003 und gliederte sich zunächst in sieben Abteilungen, in denen die ehemaligen Staatsarchive als ganze Abteilungen oder Teile von Abteilungen aufgegangen sind. 2008 wurde das Landesarchiv Nordrhein-Westfalen neu gegliedert. Von der Gründung bis April 2013 war Wilfried Reininghaus Präsident des Landesarchivs. Seit September 2013 hat Frank Bischof dieses Amt inne. Gliederung und Standorte Das Landesarchiv Nordrhein-Westfalen ist in folgende Abteilungen gegliedert. Zentrale Dienste Nimmt Aufgaben in den Bereichen Personal, Haushalt, Organisation und Informationstechnik wahr. Fachbereich Grundsätze Er ist für Konzept- und Strategieentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Bestandserhaltung zuständig. Abteilung Rheinland Sie besteht aus dem früheren Hauptstaatsarchiv in Düsseldorf und dem früheren Personenstandsarchiv Rheinland in Brühl. Abteilung Westfalen Sie besteht aus dem früheren Staatsarchiv Münster. Abteilung Ostwestfalen-Lippe Sie besteht aus dem früheren Staats- und Personenstandsarchiv Detmold. Punkt. Das Landesarchiv Nordrhein-Westfalen ist somit auf vier verschiedene Standorte aufgeteilt. Die ehemals in Düsseldorf und Brühl angesiedelte Abteilung Rheinland des Landesarchivs wurde 2014 in ein neues Gebäude im Duisburger Innenhafen umgezogen. Zu diesem Zweck wurde nach Planung der Architektenordner und Empordner Baukunst von 2010 bis 2013 ein historisches Speichergebäude der Rheinisch-Westfälischen Speditionsgesellschaft umgebaut, ein Archivturm errichtet und ein wellenförmiger Bürotrakt angefügt. Die Wiederöffnung am neuen Standort fand am 9. Mai 2014 statt. Der Umzug aller Archivbestände soll Ende Juni 2014 abgeschlossen sein. Nach Presseberichten sind die tatsächlichen Baukosten für das neue Gebäude der Abteilung Rheinland in Duisburg mit 195 Millionen Euro gegenüber den Kalkulierten Kosten mit 30 Millionen Euro um 550 Prozent höher als veranschlagt. In mehreren Presseberichten wurden hier unter anderem Korruptionsvorwürfe erhoben. Zur Aufklärung wurde in NRW ein Parlamentarischer Untersuchungsausschuss gebildet. Der neben dem Landesarchiv unter anderem die Erweiterung des Polizeipräsidiums Köln-Kalk, das Bauvorhaben Fachhochschule Köln und Schloss Kellenberg untersucht. Da hierbei der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW eine Rolle spielte, wird in den Medien auch der Begriff BLB-Affäre benutzt. Wikipedia, Wikiprojektereignisse, Vergangenheit, fehlend Aufgaben Die Mitarbeiter des Landesarchivs NRW beraten staatliche Behörden, Gerichte und Einrichtungen in NRW bei der Verwaltung und Sicherung ihrer Unterlagen entscheiden, was aus der großen Menge der dort anfallenden Unterlagen als Archivgut dauerhaft erhalten bleibt und übernehmen diese Unterlagen ins Archiv Sammeln Unterlagen nicht staatlicher Einrichtungen, zum Beispiel von Parteien, Verbänden und Privatpersonen zur Ergänzung der staatlichen Überlieferung Erschließen die übernommenen Unterlagen, um komfortable und inhaltlich aussagekräftige Zugangsmöglichkeiten zum Archivgut zu schaffen Restaurieren geschädigte Archivalien und behandeln sie konservatorisch Lagern das Archivgut in Magazinen unter geeigneten klimatischen Bedingungen, damit es unbeschadet die nächsten Jahrhunderte überdauern kann Stellen die Archivalien zur Benutzung bereit und beraten bei Recherchen Machen die im Archiv verwahrten Bestände mit Publikationen, Archivführungen und Ausstellungen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich Punkt Bestände Die Überlieferung des Landesarchivs NRW geht in Einzelstücken auf das 7. Jahrhundert zurück und reicht bis in die unmittelbare Gegenwart hinein Die Bandbreite der Unterlagen ist dementsprechend groß Neben Urkunden, Akten, Amtsbüchern und Karten füllen zunehmend auch Fotos, Filme, Tonndokumente und elektronische Datenträger die Magazine Insgesamt erstrecken sich die Bestände des Landesarchivs aktuell über rund 160 Regalkilometer Benutzung Grundsätzlich kann jeder nach den Regelungen des Nordrhein-Westfälischen Archivgesetzes die Archivalien des Landesarchivs NRW benutzen Allerdings gibt es gesetzlich geregelte Sperrfristen, insbesondere um die Rechte von Personen zu schützen Für wissenschaftliche Zwecke können die meisten dieser Fristen auf Antrag verkürzt werden Benutzer können im Internet auf der Seite des Landesarchivs oder im Internetportal Archive in NRW in den Bestände übersichten In den Katalogen der Dienstbibliotheken und zunehmend auch in den Findmitteln recherchieren Die Archivalien und Bestände der Dienstbibliothek können in den Leseseelen der einzelnen Standorte eingesehen werden Von vielen Unterlagen stehen Mikroformen und Digitalisate zur Verfügung, die eine schonende Benutzung ermöglichen Detaillierte Hinweise zur Benutzung bietet die Website des Landesarchivs NRW Die Archivalien und Jugendlichen und Letzten Die Archivalien und Stability Die Archivalien und Verhältnisse sch Infam